Frau Jäger-Fischer, das Thema der Aktuellen Stunde heute im Landtag war Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wie sind die Standpunkte der SPÖ dazu? Für uns Sozialdemokraten ist öffentlicher Verkehr natürlich auch Güterverkehr. Unsere Bundesministerin Doris Bures für Verkehr und Infrastruktur hat in der letzten Woche den Verkehrsrahmenplan vorgestellt. Erfreulich aus unserer Sicht ist, dass der Güterbahnhof Wohlfurt für 2013 veranschlagt ist. Hier sind über 30 Millionen Euro für den Ausbau des Güterbahnhofs vorgesehen. Aber auch, und das ist auch meine Forderung immer gewesen, natürlich müssen auch die Zubringerstrecken hier beachtet werden. Und im Rahmenplan sind jetzt über 80 Millionen Euro hierfür vorgesehen. Für uns Sozialdemokraten ist das gerade im Bereich öffentlicher Verkehr, Güterverkehr ein großartiger Gewinn, dass das bis 2013 umgesetzt wird.